Heute will ich euch einfach mein morgendliches Fitnessprogramm zeigen. Erstmal noch ein paar Übungen zum Dehnen und danach noch ein bisschen Sport. Die Dehnübungen. Ich fange an so einen Kreis zu drehen und schaue immer auf die gleiche Stelle. Da noch in die andere Richtung auch. Das hilft einfach, dass das Gleichgewichtsorgane in Schwung bleibt. Wenn man einen Schwindel hat, danach kann man die Hände feste zusammendrücken und auf die Daumen schauen. Nächste Übung. Kniehochstand. Sehen sind aufgestellt und ich mache große Schwimmbewegungen. Ich schaue runter. Hoch und einatmen, runter und ausatmen. Dreimal und dann ein kleines Päckchen zu klein, wie es geht. Hände und Kopf und Füße im Boden. Kleiner machen, manchmal kleiner machen, manchmal kleiner machen. Und dann in die Bauchmuskulatur und hinten bei Muskulatur. Kopf oben, Finger oben, Weine oben, Zehen her. Und eins und zwei und drei. Dann Rotation. Hüfte ein bisschen schwenken, rechts und längst. Auf die Seite legen. Rotas Bein, Rotas Bein streckt weiter zur Seite. Zehen wird nachher gezogen. Und Kopf geht auf die Gegenseite. Und wieder anspannen und weiter. Eins, zwei, drei. Schwenken. Auf die Seite legen. Rotas Bein geht auch rüber. Zehen herziehen. Kopf geht auf die Gegenseite. Und alles ganz spannen. Eins und weiter. Zwei und weiter. Und drei und weiter. Dann auf der Rücken ein bisschen schaukeln. Hinsetzen. Und hopp eins. Dann zweit hoch. Finger feste Reindrücken in den Boden. Und dann ein bisschen weiter die Füße vor. Zwei. Alles anspannen. Nochmal die Füße ein bisschen vor. Und drei. Dann die Füße zusammen. Und einmal links unter. Kopf zwei drüber. Und eins. Weiter. Füße in den Boden und Kopf hoch. Und zwei. Und weiter. Füße in den Boden und Kopf hoch. Und drei. Andere Seite. Andere Seite auch. Erbogen so weit bis wir drüber. Eins. Zwei. Drei. Drei. Weit rüber. Macht hinten Platz am Schulterblatt. Und noch gerade runter. Füße in den Kopf. Anstrengen. Locker lassen. Bauch runter. Kinn runter. Eins. Zwei. Drei. Und dann langsam auf den Rücken runter. Füße sind aufgestellt. Lange Nacken. Kinn, Richtung Brust. Lendenurbesäule runter. Alles. Spannung halten. Kopf und Lendenurbesäule. Strecken so weit ich kann. Und Fersen, Boden. Und weiter. Eins. Zwei. Drei. Auf den Bauch legen. Und auf die Knie im Boden drücken. Und locker lassen. Eins. Zwei. Drei. Und den Bauch machen. Fers ist auf den Boden. Auf den Bein geht zur Seite. Zehnchen im Boden drücken. Und Arme im Boden. Eins. Zwei. Drei. Und wieder runter. Und dann das andere Bein. Eins. Zwei. Drei. Auf den Bauch. Arm so weit wie es geht. Bein so weit wie es geht. Beim Auf den Wald irgendwo runter. Und oben im Körper. Auf den Kopf. Quatschen. Und ihr kreativ. Auf den Werten. Und darfst. So weit wie es geht. Das war jetzt erstmal das D-Programm, das Sportprogramm gibt es noch ein neues Video. Das war jetzt noch ein neues Video.